Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Luftkissen Rasenmäher. Es ist von der Firma Flimo. Hier steht es auch. Und hier steht der Typ. Und das Ding ist hier zehn Jahre rum, also ein Jahrzehnt rum gestanden. Und der Vergaser war komplett richtig gefickt und musste man den auch wieder komplett sauber machen. Es ist ein Zweitakter. Ach und hier ist der Benzinhahn, hier ist Joke und hier ist der Knopf zum Ausmachen. Ich glaube ursprünglich war hier der Knopf zum Ausmachen. Also auf jeden Fall war da irgendwas. Aber ich starte den jetzt. So ein bisschen wie ein Schlitten. Weiß ich mal richtig drücken. So ist das ganz gut. Das ist auch vom Baujahr 1988, ja. Also, tschüss!